Ah, wo war ich überhaupt? Oh Gott. Da. So. Ich hab aufgestockt, jetzt brauch ich auch wieder Moneten. Was ist denn jetzt eigentlich unser neues Ziel? Die Rechnung zu bezahlen. 550 und Level 9. Level 9 ist kein Thema. Ich würd dann aber schon fast sagen, dass wir uns halt baldig einen Sklaven holen. Level 10. Weil mit dem Kassieren und mit dem ganzen... Holy shit. Das ist schon juicy. 17, 90. Ich mag das einfach nicht. So, das hab ich aber gesehen. So. Was ist das denn hier noch? Ach, das Öl. Ach, kacke. Ihr mit euren Riesen-Einkorn. 24. Ja, ich weiß, das liegt jetzt nicht an. So, Tee. Einfach nochmal. Tee und Käse und Eier. Zack. Teuer. Pech. So. Dann ist der Tee nämlich auch wieder alle schön voll. Ah, so gefällt mir das nämlich besser. Oh, Leute, chillt doch mal. Ich muss erst mal hier auffüllen. Oh, Mann! Gib, zack. 11, geil. 21, 30, geil. Gib. 11, 25. Tschüss. Zack. 22, 45. Ach Gott, Alter. Lass mich nochmal kurz hier ein bisschen... ...alles. 37, 40. Ja, komm, jetzt. So, was ist jetzt hier noch los? Kaffee könnten wir... Kaffee und Nudeln. Kaffee und Nudeln, Kaffee und Nudeln. Und Salz und Nudeln. Und nochmal. Ekelhaft. Aber jetzt haben wir Geld. Wir haben Geld und... Eieröl, 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 Eieröl. Oh, teuer. Geil. Und Eier. Geil, wenn wir es heute haben. So, okay. Um Gottes Willen. So, das hier können wir voll machen. Weg. Wasser können wir einfach nochmal voll machen. Oh. Das war's, ne? Perfekt. So. Dann einfach mal beide Mehl's. Ja, die brauchen wir auch einfach mal. Wir müssen auch mal mehr. Da. Ich hole einfach nochmal Reis. Ich hole einfach mal irgendwas. Oh Gott. Brauchen wir halt alle. Habe ich denn Nudeln drin? Nudeln brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Zack. Kommt der. Oh Gott. Nice. Geil. Voll. Schön. Dann das Brot. Leer. Oh, geil. Öl. Zack. Mehl. Mehl ist halt einfach weg gewesen. Uselig. Müsli. Zack. Und wo haben wir noch die Milch? Perfekt, oder? Nö. Eine. Danke. Ah, jetzt geht die Party wieder los. Oh Gott. Usack. Perfekt. Das ist wieder voll. Das komische Tulpenöl. Da können wir mal wieder reinpacken. Ach, das haben wir gar nicht mehr. Mensch, was schön. Wo ist es? Tulpenöl. Ja, das heißt irgendwie tuppiges Öl oder was weiß ich. Ist die Kasse voll? Nee, gar nicht. Oh mein Gott. Ah. Gib. Ah. 18. Hau ab. Oh Gott, nee. 2, 2, 3, 0. Geil. No. Cool. No. Meine Güte. Ah. Oh Leute. Wir brauchen sogar für die Kassensklaven. Ich kann das hier nicht mehr. Nein. Ich kriege wieder her. Jo. 22, 3, 4. So. Alter. Kaffee. Fliegt einfach nur alles in die Gegend rum. Ah. Gib. Kaffee nicht schnell laufen. Geil. Zack. Sonst noch irgendwas? Wo sind die? Da. Ah. Kaufen. So, lass ihn jetzt mal da liegen. Egal. Gib. Geil. Cool. 21. Nein. 30. Danke. Tschüss. Ach. Geht doch alle weg. Mann. Jo. 3, 39. Ja komm mach jetzt. So. Äh. Nein. Nein. Zack. Dann 3, 2, 2, 2, 1, 75. Ja kriegst Rabatt. Ne kriegst du nicht. Okay cool. Ja. Ich wollte. Wisse es. Das ist. Wow. Oh. Alter. Richtig gut Geld verdient jetzt ey. Heiliger. Gucken wir mal ob wir noch das Lager leer kriegen. Oh. Da war auch noch mal Mehl. Da war auch noch mal Mehl. Da war fancy Mehl. Da können wir da noch mal offen legen. Äh. Ach. Da war auch noch mal fancy Mehl. Ja. Ja ist egal. Es ist einfach egal. Zack. Zu hier. Arschlecken. Oh. Das war ein Tag. Oh Gott. Oh. Richtig saftig plus gemacht ey. Nudeln und fancy Mehl. Kostet 7. Boah ey. Was zahl ich denn so viel für so eine kacke, eklig kacken. Ich dachte es sind Nudeln. Da haben wir noch Mehl. Aber egal. Ihr wisst von dem ein. Hm. Perfekt. Das ist mir jetzt echt egal. Das ist mir jetzt echt egal. Was ist denn das? Das schöne Mehl. Zack. Was ist das hier? Bleibt ein Geheimnis. Was ist denn das? Ach auch das kack Mehl. Das ist das normale Mehl. Salz. Zack. Das ist leer. Was ist denn das? Weasley. Ja. Ist halt jetzt so. 20. 20. 25. 25. Geil. Oh mein Gott. Ich brauch dich. Oh. Oh. Ist das schön. Oh. Ist das schön. Oh. Ich hab Zeit. Oh. Geil. Okay. Luxus. Das ist echt Luxus. So. Mehr. Kann ich die nicht wahr? Warte mal. So. Die Kiste ist voll. Dann packen wir diese. So. Ist da jetzt noch was drin? Dann weine ich. Nee. Gut. Zack. Das normale Mehl ist leer. Oh mein Gott. Hat jetzt auch nicht die Welt gerettet. Aber egal. Wo ist denn das andere Ding? Da. So. Oh. Das ist jetzt leer. Aber schön. Oh ja. Ich liebe dich. Ha. So. Ähm. Hat das mit Wasser? Nix. Milch? Nö. Aber Öl. Oh. Öl. Yo. Na ja egal. Ich kann irgendwann noch eine zweite. Kann ich trotzdem an die Kasse? Nö. Aber ich kann trotzdem immer eine zweite Kasse kaufen. Und dann kann ich mich an die zweite Kasse stellen zur Unterstützung, wenn Ischel das hier nebenkriegt. Was ist denn jetzt hier noch los? Kann ich mal aufwählen. Das ist schön. Decker mit Wasser. So. Was ist das denn? Was ist das? Ach, Erdnensfücher. Zack. Öl. Zack. Äh. So, das hatte ich gerade erst. Mehl. Äh. Noch mal was Mehl. Ist das jetzt leer? Ich glaube schon, oder? Nö. Da war da was drin, hat er wie gesehen. Ich brauche aber normales Mehl. Zack. Nein. Ja, ist jetzt so. Fertige die nur nebenab. Machst du überstunden? Du machst das doch gerne, oder? Ja, mach mal was für die Firma, ne? So. Verpiss dich. Nice. Oh Gott. Milch, Wasser, alles. Einfach alles. Ja, das ist in Ordnung. Warte, was war das noch? Suzu? Hm. Willst du, oder? Ach, du, das ist aber... Ja, bevor die rumheulen. Drauf. So, warte. Ich nehme jetzt tatsächlich... Oh Gott. Hätte ich schon Bock drauf. Da muss ich auch einfach mal sagen. Ja, mein Gott. So. Umstrukturierung, Holger Rüdiger. Dann holst du hier so ein dicke Ding. Zack. Und mir. Ja, ist mir egal. Guck mal, was ich hier habe. Geil. So. Na. So. Der Bio-Juice. Perfekt. Dann haben wir hier... So, dann kommt man mit von hier hin. Ich hoffe einfach mal, da war jetzt nichts mehr drin. So. Pack es weg. Pack es weg. Danke. Jetzt haben wir hier die Milch. Das hätte ich jetzt eigentlich gern anlassen. Na, warte mal. Was für ein... Ach, die muss denn so was? Warum das denn? Warum muss die denn nicht jetzt gekühlt werden? Regal. Ach, das ist doch Müll. Oh. Warte. Warte. Ich kaufe noch einmal Salz. Ich weiß, Holger, Rüdiger, wir haben noch nicht geöffnet und du stehst hier trotzdem schon rum. Aber ich muss das jetzt erst hier strukturieren. Scheiße. Ah, nein. Susu. Warum? Warte, wir brauchen noch einmal Susu. Ich brauche die Kartons. Das ist so kacke, dass man das nur in den Kartons umpacken kann. Aber das soll mit einem Update... Ach Gott, ich liege hier mal da rum. Mit einem Update wollen wir hier rauskommen, oder das weiß ich. So. So, warte. Warte. So, dann kommt das hier mal kurz da hin. Und dann kommt das da. Ah, weiß ich, fühle ich nicht, dass die Milch da dasteht. Das ist strange. So, was haben wir hier? Mehl. Zack. Susu. Zack. Dann noch mehr Cola. Und noch den Apfelsaft. Jetzt haben wir da halt noch Platz, ne? Ich dachte halt, die Milchdinger, die kommen da rein. You know what? Machen wir aber hier nochmal. Machen wir die Dinger da rein. Und Wasser packen wir unten auch nochmal mit rein. Ja, der passt schon. Weil das hier ist ja auch nur das Grabschregal, ne? Was ist das hier? Einmal Mehl. Geil. Der Kredit war viel zu hoch. Ich weiß gar nicht, was ich damit will. Das war ein bisschen dämlich. Aber weißt du was? Ich glaube, ich... Gott, hier wird alles anders. Wachstum. Zack. Was ist passiert? Oh. Ich mache nämlich gleich da noch die zweite Kasse hin. Mhm. Oh, cool. Okay. Dann haben wir aber halt keinen Sichtschutz mehr für so komische Kack-Ecke da, ne? Sieht schon komisch aus jetzt. Aber jetzt hole ich noch die zweite Kasse. Ja, guck mal einer an. Los geht es. Oh Gott. Ja, geil. Stellen die sich jetzt automatisch an die zweite Kasse mit an? Oh, ich hoffe nicht. Weil eigentlich will ich das nur machen, wenn die auch besetzt ist. Oh nein. Ich glaube, ich habe verkackt, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Das kann natürlich sein, wenn sich hier eine Schlange bildet, dass sie dann einfach da... Ich hasse euch. Oh nein. Oh, das war ein Fehler. Shitty. Oh nein. So war das doch gar nicht geplant. Es kommt ja alle zu mir, weil ich schneller und cooler bin. Ne, tut mir leid. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Nein. Dann... Dann kommt die erstmal hier. Tschüss. Oh, nee. Jetzt ist das hier ugly. Oh nein. Müssen wir das doch wieder umstrukturieren. Dann muss ich das doch erstmal so lassen. Schade. Das ist ja so viel unnötiger Platz, ne? Gut, die passt hier so in die Ecke. Dann ist das wirklich die Notfallkasse, die ich auch wirklich nur auspacke und dahin stelle. Wenn ich die Kasse aufhabe. Das ist absolute Kirmes, aber ist mir egal. Ah ja. Ja, wir können einmal Käse raushauen. Ich überlege halt, das jetzt echt zu machen. Mit überlegen, meine ich. Ich mach's halt einfach. Upsack. Ah, dann passt hier aber die Kasse auch nicht mehr hin, ne? Ganz ehrlich, ist aber egal. Das ist eh nur die Notfallkasse. Komm, kooperier. Äh, dann stehe ich hier einfach mitten in der Mitte hin. Das ist zwar gammelig, aber das ist mir egal. Ich kann das ja auch noch ein bisschen weiter nach hinten rücken, ne? Dann hab ich für die Notfallkasse ein bisschen mehr Platz. Äh. Ja. So, dann mach ich das jetzt einfach. Bei sonst nix zu tun. Vielleicht doch nochmal ein Scheinwerfer fürs Lager. Ist doch ganz schön düster hier. Oder hier für die Mitte, ne? Irgendwie so. Ja, ja. So, ähm. Lizenzen. Geil. Das geht schnell, egal. Zack. Ich werd's bereuen, weil die jetzt alle erstmal wieder rumheulen. Aber ich versuch, mich zu beeilen. So, der Joghurt muss in den Kühlschrank. Oh, scheiße. Oh, ich hab gar kein Geld mehr. Oh. Ja, ich pack das alles schon mal da rein. Das wäre 150. Das passt aber. Gut. Gut, gut. Dann können wir das doch morgen früh in aller Ruhe machen. Hau einfach ab. Oh, ja.